Was macht die Bärme jetzt allein? Oh weh, oh weh, es ist der Jammer. Sie schleppen sie in die Beuterkammer. Oder noch schlimmer, welcher Schmarr. Sie schleppen sie ins Schlafgemacht. Weil Bärme da ein Verbrecht gebaut, dann will der Ritter viel zu erbrauchen. Ach, jedes Dirndl, leer und nett, da schleppt der Ritter ins, da schleppt der Ritter ins Schloss. Ich weiß nicht, vorgedacht, ihm extra für das Nacht. Er hängt meine Brille bloß. Der Einleitung von Schlafzschuloss. Was glaubt ihr, wenn er dieses Zubis hat? Ein Glück, dass er so steppert ist.